so meine damen wir kommen wieder zurück gerne eine neue runde von der kurs der tycoon volt hier auf meinem schönen kanal und ihr seid wieder dabei wenn ich diese achte bahn verhauen möchte ich habe jetzt rausbekommen wie man wieder die begeisterung steigert ich bin jetzt bei 4,8 gewesen und deswegen würde ich sagen testen wir das ganze noch mal wie gesagt ein kleines bisschen habe ich das geändert machen wir ganz schnell eigentlich können wir das auch noch steigern die lust dazu ist nicht da warum habe ich das eigentlich auch schon schräg gemacht und ich kann mich nie bei uns schauen ich habe angst ich bin ja aber jetzt nicht mitgefahren so jetzt machen wir normale geschwindigkeit wir haben geladen tabellator als geschwindigkeitsregelung und wenn jetzt nicht die 5 da steht schmeiße ich den pc aus dem computer also ist es auch viel viel besser auch viel viel schneller glaube ich habe ich das gefühl dann ist er bloß noch unser parkrad zu steigern und die einnahmen für ein jahr so und so viel so jetzt bin ich gespannt sind wir gespannt sind wir gespannt sind wir gespannt bestanden 4,8 also jeder haben sie ganz viel spaß aber hier noch kein winkel drinnen so dann kommt hier nochmal ein leichter winkel rein hier sind wir auf 0 ne dann haben wir doch 2 so ähm winkel 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 lalalala wo könnte uns noch ein winkel fehlen weiß ich nicht hier haben wir mal ein wechsel hier haben sie relativ viel spaß was eine lange kurve ist hier machen wir zwischenzeitlich mal vielleicht den wechsel rein und dann wollen wir nochmal testen das gibt es doch nie ich habe Angst wenn ich das anklicken die reibung verringern was dann passiert 2,8 die begeisterung ist gesunken och nein was ist denn das die fucking begeisterung ist extrem gesunken ich weiß nicht was passiert wenn man ey scheiße da war ich gerade froh dass ich oh nein ehhhh ich glaube den Rest kann man vergessen also das hier glaube ich mal nicht den Park gewinnen schafft man nicht bis dahin das ging mal vielleicht noch hin aber das hier ich glaube ich mache mal die Bahn jetzt alleine fertig und das für euch im Schnelldurchlauf das ist das zu 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab einfach keine Lust mehr darauf. Nein, ich habe keine Lust mehr hier. Wir öffnen diese fucking Achterbahn hier. Wir machen hier einen fucking Weg noch dran. Und dann ist mir scheißegal hier. Jetzt kannst du doch reden an. Das ist so eine scheiß Bahn. Das leckt mich doch am Arsch. Oh, ein scheiß Weg dran, der mich mal am Arsch lecken kann. Und da geht noch niemand scheiß Weg dran. Ich kotze ab. Ich kotze gleich hier den ganzen Weg voll. Von welchem Weg ist mir scheißegal. Das ist doch ein scheißbehindertes Spiel geworden. Warum bin ich nie irgendein anderer Tester geworden? Hier, hier. Vielleicht ist es hier diese Fahnen im Weg, oder was? Jetzt kotze mich doch mal mit... Alter. Diese scheiß Bahn kann mich mal am allerwertesten Arsch lecken. Aber mit was... Wir konnten doch irgendwas... Könnten wir doch... Hiermit steigern. Ah, ha, 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 ha. Wir machen das jetzt nur mal so als Test. Warum ist keine... Drei Komma. Ich sag nichts. Ich... Ich will einfach nicht mehr... Aber irgendwas hat es... Na, ist mir jetzt wirklich scheißegal, Leute. Ich gebe diesen Park auf. Ich gebe diesen scheiß Park auf. Ich gebe mich geschlagen. Aber wir schaffen das nicht bis zum Januar noch... Äh, 40.000. Und wir schaffen aber auch nicht... Ähm... Maximal... Parkgewinn von... 1.300 schaffen wir auch nicht. Das schaffen wir nicht, weil wir so viel Geld nicht mehr haben. Wir können uns zwar Geld leihen, aber... Wir können trotzdem den Parkmarkt nicht steigern. Äh, die... Den gewinnen so schnell. Ich gebe diesen Park auf. Leute. Aber wir gucken uns mal, Park wer hat. Wo ist denn... Ist mir doch egal. Äh... Ich glaube, ich brauche noch nichts zu sagen. Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Zeig dir ein bisschen sofort. Ciao, ciao.